Atlantis, dein Familien- und Freizeitbad in Herzogenaurach. Bei uns kommt dein Badespaß voll auf seine Kosten. Durch die Fluten tragen lassen. Actionreiche Rutschenpower. Badeabenteuer mit der ganzen Familie. Der Badespaß im Wellenbecken wird alle 30 Minuten zum schwungvollen Badeerlebnis. Die Brandung vermittelt den Tag am Meer, während du dich von den Fluten tragen lässt. Das 25 Meter lange Sportschwimmbecken bietet dir für Trainingseinheiten die ideale Voraussetzung. Unser Schwimmerbecken wird auch regelmäßig durch Schul- und Vereinssport genutzt. Wir bieten Möglichkeiten für Schwimmwettkampfausrichtung, Wassergymnastik und Wasserfitness. Sagenhafte 45 Meter ist die Rote Riese Wasserrutsche lang. Die kurvenreiche Strecke teilabwärts lässt dich rasant bis in die kühlen Fluten des Wasserspielparks gleiten. Der Rote Riese verspricht eine Menge Fun und Action. Darf's ein bisschen crazy sein? Komm in unser Highlight, den Crazy River Wasserkanal. Schnapp dir deinen Rutschreifen und wage dich in die verrückten Stromschnellen. Beim Crazy River ist Spaß garantiert für die ganze Familie. Bist du bereit für den Showdown? Na dann los! 3, 2, 1, GO! Wer nimmt's mit der Black Hole Rutsche auf? In der Röhrenrutsche jagst du auf 110 Metern entlang durch mega starke Sound- und Lichteffekte und visuellen Welten. Möge die Zeiterfassung mit dir sein. 200 Quadratmeter Wasserlandschaft. Rutschen, klettern, bewegen, Wasser einfach mal erleben. Mit diesem Motto des Wasserspielparks und deiner Fantasie erlebst du Wasser wie nie zuvor. Hier kannst du über Laufstege hangeln, Kletternetze erklimmen, Schimmelpunkt gehen. Keine Lust auf einen Wassersprung? Wir haben auch einen Wasserfall. Echt tierisch! Du hast Lust auf ein Wasserabenteuer mit Mama, Papa oder deinem besten Freund? Na dann, leinen los und erforsche unsere Wasserlandschaft nach pädagogischem Konzept. Der Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen, das ist hier das Ziel. Willkommen im exotischen Kinderabenteuerland für die ganz Kleinen. Whirlpools Hier kannst du beim Chill-Out relaxen, befindest dich in netter Gesellschaft, bekommst Balsam für das Wohlbefinden und förderst deine Gesundheit. Alle unsere Whirlpools haben 35 Grad Wassertemperatur. Baden macht hungrig und deshalb bieten wir unseren Gästen leichte, schnelle und herzhafte Kost in unserem SB-Restaurant im Badebereich. Wir sehen uns im Familien- und Freizeitbad Atlantis, Herzogenaurach. Wohlbefinden